und Alter Schwede Also ich muss jetzt an dem vorbei den nächsten ausknipsen Der da hockt... Ich lauf jetzt! Ich lauf jetzt! Schei! Mein Schleiß was du das fühlst Aaah Mei oh mai Mei oh mai Ich glaub ich mit der Schziejste heils gerade runter ey Das ist ja richtig knackig ey Der hier muss jetzt die Köter noch um... Nööööö Ach, alle sind ja von vorne ey Ich bin jetzt echt in der Schwierigkeit zu warten, das ist mir jetzt echt zu langweilig mit der Zeit, ey. Oh, ey, die Stelle kotzt mich gerade wieder so an, ey. Oh, Mann. Eieieiei. 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 Jawoll. Die Schnappe voll. Eieieieiei. der aktiviert auseinander und das Akku knipps und nicht aus so sie warten, dass der Klusse da vorbei ist mein Rockdots, was kannst du eigentlich? ja gut, passt doch schon jetzt mal selber, ist nicht so einfach ja ich muss sagen, ich bin seit Ende doch der Ex dabei und bin sehr amüsant ja, das hoffe ich auch, was amüsant ist ich glaube, ich stelle mich genau so dämlich an wie der Fäckwilber so ich hätte echt nicht direkt zu rechnen, das ist so hier der Fäckwilber dann wieder ob ist der jetzt schon wieder da? der Fäckwilber der Fäckwilber der Fäckwilber der Fäckwilber hat auch noch 5 ich hätte irgendwie auch finde ich auch abgeholt zu werden ach man die Fäckwilber man also der fäckwilber fäckwilber külkraft so der fähig şey ab vom da So! Jetzt ist der Jetpoint. Jetzt gehen wir den Roboter drauf. Entschuldigung, sieh. Was ist meine Pläne? Weil... ...dem Kerl wir den Sachen haben. ...dass wir ihn draußen sitzen. Verstecken wird ja andere dann schon wieder. Oh, ey, also dann kriegen wir die aus. Der Roboter ist da ein bisschen vorbei. Das ist ja... ...dass wir den hier schön aus. So. Jetzt hier den Hauptkind durchbrechen. Und dann bin ich endlich durch. Eieieiei. Oh! Geschafft! Oh, jetzt kommt auch noch eine Springmassage. Kletter, Kletter, kleine Sohr. Hier liegt eine Rüstung. Ich glaube, ich muss hier runter. Rüsten? Ja. Gibt's denn irgendwelche Kutiges? Ah! Ach, bitte. So, ihr müsst jetzt irgendwie hoch wahrscheinlich. Aber wie? Ha! Da ist sowas. Jetzt muss ich hier durch. Ah! Achso, kann ich da wieder hoch wieder tun? Nee, auch nicht. Da komm ich hoch! Rechts! Oder links! Und... Wo ist das denn? Joho, ich bin oben! Machst du den Hutdruck sonst? Ja! So. Guck mal hier rein. Und dunkel, dunkel, dunkel... Ah! Insekten wieder raus! Ah! Ich mag Insekten nicht! Das ist mein Haar! Ah! Ich geht, ich geht, ich geht. Seit wann gibt's denn in Europa Kakerlaken? Der mir neu. So. Hm! Die haben Drohnen! Oh! Okay. Geh rein! So, jetzt gehen wir halt nach links. Und schrauben wir mal. So, jetzt gehen wir mal. So, jetzt gehen wir mal. Äh... Ich geh bitte zurück. Dreh dich? Und du Scheißsoldaten? Dreh dich? Wo ist das? Ich hab keine Warte. Wie ist das? Da ist einer! Links ist einer! Ach man, ich hab keinen Bock mehr, ey! Okay, das ist die Maschinengewehr! Ich kann nicht werden! Ich wollte eben nicht, ich wollte ein krasses Ding haben, oh! Das ist jetzt echt, das scheint nie der Fall. Ah, endlich! Geh schneller, du scheiß Ding! Das ist ja geil, dass ich eine Maschine habe, aber keine Gegner, die ich damit abknallen könnte. So, jetzt fallen wir ein bisschen hier die Goodies wieder ein. So, hier wieder Strom wegmachen. Und nächster Gang, und es kommen sicher gleich... Oh, es sind wieder Hunde da. Und wieder zum Kampfpupporter. Und wieder zum Kampfpupporter. Und und Kampfpupporter, das sind noch viele böse Leute. Die böse, böse, böse Kuhn jetzt. Die Scheiße! Wollen wir mal? Ah, ich kann noch rüberschleifen. Oh, gut, das gut. So, äh... Hauptsache, ich muss mich noch mal den bösen legen. Ich muss noch mal gehen. Ne, la, la... Amor, aber... Ich kann jetzt verzichten. Kann man hier. Ja, la, la... Weiß ich! So, aber... Ne? Rege vu! Da, hier schon? Schaut aus. Der liegt kaputt an. Okay. Hier auch nicht. Oh, Weinfässer. Warum stehen im Gefängnis Weinfässer? Kann man das bitte mal einer erklären? Saufen die so viel, oder was? Ja, äh... Ich hab auch... Der heißt Totoz, okay. Ich streame eigentlich nicht so viel. So, gut. So, dann drücken wir mal hier aufs Knöpfchen. Eingabe. Hä? Fragezeichen? Äh... Ach so, ich muss erst Saft geben. Ähm... Damit, äh... Wahrscheinlich will jetzt noch ein Protokoll. Hallo. Hi. Ah, jetzt geht's. Juhu, es geht abwärts. Wo werden moderne Kinder hatten, genau. Gibt jemand angehelfen, wenn wir uns ein Follower landen? Ich kann es aber hier auf unserem Harad-Send-Kanal gerne ein Follower lassen. Wir freuen uns natürlich auch. Wir werden den Sprung weg nochmal. Wir halten. Weil es kaum Binger der Tänke vom Böse kommt, dass ich noch besiegt bin, nicht? Und weg mit dir. Habt ihr eh gesehen. Schieß nur weiter. Ich bin in deinem... Lass den jetzt mal vorbeigehen. Entschuldigung ... hall Muito gut! Schieß auch ... Tja! Dann kommen wir ihn doch nicht weiter. Hier, hier, hier. Ja, wir versuchen auch immer wieder richtiges Programm hier zu machen, weil ich muss dadurch wiesen. Wir versuchen natürlich auch abwechslungsreich zu sein, aber es ist ein bisschen, ja, für jeden was läuft quasi, das hat ja natürlich nicht jeder den gleichen Geschmack und jeder möchte auch was anderes sehen, also ich kann natürlich auch hier versuchen, dass ich auch hier zeigen. So. Oh, fack. Ich habe gerade angefangen, auch hier zu schießen. Oh, da ist so tief runter. So, da ist unser Freund doch gerade vor dem Hügel gesessen. Ja, das Spiel hat schon eine Begründung, wenn es ab 18 ist. Nicht nur wegen der Symbolik, sondern aus verschiedenen. Ich muss auch sagen, also das letzte Wolfenstein in the New Order war jetzt auch nicht gerade sehr zimperlich. So. und ein Hund. Ich glaube, wir sind mit Hunden gefälzend. Ich möchte den zwei Hundis nicht umringen, sondern... So. Stirb, stirb! Es ist jetzt ein Hunden am Essen weg. So. Gut. Da war irgendwo noch was. Da war noch eine Kunstleinsame. Da ist... Achso. Okay. Ja, das kommt. So. So.